Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen ASMR-Video. Wir machen heute bei der Liverpool-Karriere weiter. Wir haben das letzte Spiel gegen Leeds klar gewonnen und heute geht es gegen Leicester. Leicester und wir stehen auf Platz 3 in der Tabelle mit 36 Punkten. 57 Drohre haben wir schon geschossen. Ja, wo steht Leicester? Die stehen auf Platz 9 mit 30 Punkten. Okay. Ich würde sagen, gehen wir rein. Leicester hat hier den Lookman. Der ist hier ziemlich angeschlagen. Auf der rechten Seite. Wir werden aber auch ein bisschen rotieren. Jones können wir reinbringen. Ja, Kater ist verletzt. Da verließen sie ihn schon hier. Da haben wir echt nicht viel zur Auswahl. Milner können wir noch reinbringen. Gomes für Alexander-Arnold. Kunaté bringen wir mal. Rechts könnten wir Elliot eine Chance geben. Und links Luis Diaz. Und in der Mitte Jota. Ich hoffe, dass es nicht zu viel rotiert. Aber, ja, wir müssen unsere Kräfte schonen. Und let's go. Wir spielen auswärts in Leicester. Wünscht mir Glück. Anstoß. Wir können den Schwung, den wir in Leicester gehabt haben, hier mitnehmen. Ja, komm. Greif den doch an. Wow, wow, wow. Weg. Look, man. Der nicht so fit ist. Oh, Luis Diaz. Und dem Ball. Schöner Pass. Joko. Und Treffer zählt. Elliot macht das 1-0. Er zählt ja. Super. Ja, da rennen sie alle ihm hinterher. Hier und er steht komplett frei. Gegen die Laufrichtung noch geschossen. Und, ja. Noch nicht mal gut geschossen, muss ich sagen. Aber drin ist drin. Erstes Tor. Erste Partie. Okay, den hatte ich noch gar nicht eingesetzt. Krass. Krass. Allbrickton. Nididi. Hier rüber. Allbrickton. Einen Schlenker. Bertrand. Madison. Sergio. Und er steht frei. Ausgleich. Ja, das war... Das ging zu einfach. Der Angriff ging zu einfach. Da stand er richtig frei. Nicht bedrängt. Und der Keeper hatte keine Chance. Luis Diaz. Oh, schön. Wie er den Verteidiger hier aussteigen hat lassen. Thiago. Abseits. Stand Luis Diaz im Abseits. Thiago. Fallverlust. Thiago hat ihn wieder. Schlechter Ball. Madison. Und links ist komplett frei. Flanke. Look, man. 2-1. Madison macht es. 2-1. Okay, wir müssen aufpassen. Sie nutzen ihre Chancen konsequent aus. Das ist ziemlich offen da hinten. Lois Diaz. Kommt nicht durch. Sergio. Es wird aber auch irgendwie nicht angegriffen. Achtung. Achtung. Boah, gut. Abgewehrt noch. Luis Diaz. Thiago. Rüber. Und ein Wurf für uns. Wo ist Diaz? Der zeigt ganz schön viel heute. Abseits. Und ein Wurf für uns. Luis Diaz wieder. Was war denn das? Das war ein richtig guter Schuss. Ganz knapp über die Latte von Luis Diaz. Gefällt mir richtig gut. Schon wieder Luis Diaz. Diogo. Schlechter wollen. Gomez. Gefährlich. Thiago. Mit feinem Auge. Für Elliot. Oh Mist. Ja, da fehlt ihm halt dann noch die Routine. Sag ich jetzt mal. Alles dann pariert. Wir legen noch einen Treffer zurück. Es wäre noch gut, wenn wir vor der Halbzeit den Ausgleich erzielen. Thiago. Wieder mit schönen Auge. Für Elliot. Der startet durch. Wach. Okay. Ich habe es nicht gesehen. War da noch jemand dran? Kriegen wir noch eine Wiederholung? Nee, kriegen wir nicht. Abstoß. Abstoß. Achtung. Eckball. Vielleicht kriegen wir noch eine Kontermöglichkeit. Nee, kriegen wir nicht. Oh, Chance für Legister. Ja, wir können froh sein, dass wir nur 2 zu 1 hinten liegen. Weg. Okay, Halbzeit. Okay, das wird eine schwere zweite Halbzeit. Wir haben hier zwei Tore gut zu machen. Luis Diaz hat mir sehr gut gefallen. Elliot hat sein Tor gemacht. So, Angriff. Ball links. Dakar. Schön. Elliot. So, jetzt. Treffer zählt. Luis Diaz. Im Zusammenspiel mit Elliot. Super. Okay, meine zwei neuen Flügel. Die, was ich halt ausprobiert habe. Ja, haben sie jetzt schon mal bezahlt gemacht. Sind natürlich noch in der anderen Liga als Manet und Moussala. Hier Luis Diaz. Und fällt. Elliot. So, Hot of Fight. Alles an. Super. Thiago. Thiago. Sieht keinen. Er obert. Sich dann bald wieder. Elliot. Schöner Pass. Jones. Und Thiago verpasst. Nee, Elliot lassen wir nochmal drinnen. Es gibt Eckball. Und Leicester wechselt endlich mal den Angeschlagenen aus. Keine Chance. Gommes. Elliot. Oh, schöner Schuss. Keeper noch dran. Leider nur Latte. Aber war eine ganz gute Möglichkeit. Guter Pass. Luis Diaz. Kommt nicht vorbei. Okay. Let's listen. Okay. Justin. Joaquin. Flanke. No D. Sergio. Achtung. Alles an. Ist er noch am Ball. So, mit kein Motsala, denke ich. Bringen wir mal. Jetzt kein mehr fangen. Thiago. Boah, setzt sich schön durch. Ein Wurf Leicester. Ein Wurf Leicester. Fabino kommt noch mal rein. Fabino kommt noch mal rein. Für Milner. Achtung. Leute. Der steht komplett frei vom Tor. Komplett. Oh, ich fass' ich fass' ich fass' es nicht. Treffer zählt. 3-2. Und der Rinder zum Trainer. Westergaard. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Pass auf. Pass auf, Mo Salah. Der kommt nicht durch. Okay, die spielen sich schön durch. Und alle Sand. Okay, Leicester. Ist stark. Komm noch mal. Flanke. Jones. Oh, schöner Seitenwechsel. Joko. Komm. Es gibt es nicht. Der Ball ist nicht drin. Kein Foul. 91. Minute. Nochmal Chance für Leicester. Ja, jetzt wird schon Zeit gespielt. 4-0. Und der Schiedsgerichter pfeift ab. Wir verlieren 3-2. In einem ganz, ganz knappen Spiel. Damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und damit verschenken wir wertvolle Punkte. Ja, wir sind jetzt auf Platz 4. Und wir haben 36 Punkte. Das nächste Spiel ist gegen Chelsea. Da können wir noch mal einen Platz steigen. Ja, aber hat mir jetzt echt nicht gut gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.